Cool, ehm ist die Aufnahme abgebrochen. Deswegen werde ich jetzt noch kurz das hier machen. Okay, das muss man verhindern. Irgendwas am Level keine ordentliche Erdbeeren wollte. Also essen wollte. Scheiße. Okay. Bombo macht wieder was richtig einzeln. Also mache ich dann einfach nach dem Social Level fertig. So, tschüss Bombo. Und dann irgendwie die Aufnahme wieder nackt. Ne, dann... Bleib mich am Arsch. Ne, dann scheißegal. Jetzt ohne Witz? Ich guck mich okay hier. Was, ich habe doch nicht hier alles geschafft. Okay, das Bowser Level ist eh einfach. Okay. 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 Dann scheint es ist diesmal ganz einfacher. Das ist echt cool, wenn die stört. Weißt du das? Ne, ich sehe das jetzt. Deswegen muss ich gerade so scheiße drauf, Alter. Ja. Ich muss mal die Münsterkante ankassieren. Der Punktland. Für Yoshi. Nichts. Für Bowser einmal ja. Ja. Okay. Jetzt muss ich mich hier unten aufhalten. Unten. Dann weiter oben war es doch. Ja. Und... Dann wieder mehr unten. Tja. Also wenn das dieselbe Reihenfolge hier ist. Dann... Guck ich aber ganz schön... Dumm aus der Wäsche. Also... Wenn es denn so wäre. Okay. Ich sehe hier irgendwie... Bowser hat schon einen Zug. Denn... Okay. Jetzt müsste ich eigentlich dann wieder unten bleiben. Okay. Egal. Und unten... Falls ich irgendwas jetzt übersehen habe. Das wird mich nicht unbedingt wundern. Hör was? Ich habe zwei Münzen verpasst angeblich. Höh? mit der Heck. Ja, während der Aufnahme ist es gar nicht so einfach. Mit dem ganzen Überblick zu überhalten. Also, vielleicht in den Blöcken. Okay. Letzte, der Fall. Okay. Also, den Block wahrscheinlich. Also, jetzt erst mal mit dem Kieren. Aber super funktioniert. Dann, ja. Dann, jetzt halt mal hier unten. Ja, komm. Lass uns umbringen. Ja, war nicht mal so geplant. Aber gut, wenn Yoshi meint. You know what I mean? Nee? Mal schauen. Aber es wäre irgendwie mit den anderen Charakteren auch noch spielen. Mit Toad und so. Mit Toad-Obs, natürlich. Und es ist cool, wenn er das von mir machen könnte, wenn genau die Stelle rein infiltrieren könnte. Ja, ich mach auch besser. Aber, ja. Ob die dann tatsächlich so gut sind, wie die von ihm. die von ihm. So. Irgendwo muss jetzt die Pickelmünze sein. Das war nicht da rum. Das hat mich jetzt so schlecht gehalten. Wir wissen es leider nicht. Aber danach müssen wir nur noch die fünfte Münze finden. Aber der Bowser, das ist echt lame. Und dann ist schwieriger als jemals zuvor. Wenn man sich da um die Werte wieder bei es ist auch nicht so. 1 1 2 3 Also hier denke ich es ist immer Schluck. 2 3 4 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 24, 25, 27, 28, 28, 39, 29, 35, 30, 30, 31, 36, 48, 31, 37, Ist das mein Gott? Was? Nein! Fick dich! Fuck! Ja, auf jeden Fall. Cool. Jetzt habe ich schon mal ein paar Vorausgaben. Und ja... Das eine Part, der kann ich nicht richtig lernen wollen. Und dann kann ich die ganze Vorausgaben nochmal erneu machen. Also... Wie wir da nicht gut sind. Aber... Einen Trickle habe ich ja kurz geschafft. Also... Ja... Wenn ich nicht hier klicke, kann man jetzt kaum behaupten. Also... Also... Das ist mir ganz im Ernst. Und wenn der nicht so der Röpfung... ... wird flüchtige Lügen. Und... So fühlt sich auch der Fail an, wie eine Lüge. Was? Mein... Speicher ist fast voll? Wait... 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 Jetzt weiß ich, warum so wenig Speicher da war. Wegen dem Minecraft Video. Von mir und... Einem... Mal wohnen. Um... Unter... TOGETHER. Das war mein erstes... Über... Online... TOGETHER. Also... Ja... Ich hab das noch nicht gegeben. Oh... Oh... Okay. Ich hab das in den... Oh... Das ist das... Ich hab das in den... Oh boi... Das packstern los. Ich esse jetzt eine Erdbeere, das ist mir scheißegal jetzt. Alter, die schmecken einfach so geil, obwohl sie einen Tag alt sind. Ist aber auch verlockend, wenn Essen im Zimmer ist, dass man es da isst. Naja, ich hab mir die Frauen hingespielt, weil ich dachte, die sind schneller fertig geworden. So, das war durchaus ein bisschen Spanflöschchen, weil ich sie schon wieder verletzen kann. So, oh shit. Okay. So, so genau, als ob ich es hinbekommen hast. Warum hast du dich geschickt? Ach, ich hasse dich. Alter, ich hasse dich. Okay. Ja, ich hab mir nicht so gemacht, dass ich immer, wenn ich in Mario Maker ein Fail hatte, ich mir dann eine rote Filistote reise. Ich hab mir nicht so gemacht. So, wie? Und dann danach hab ich echt... Ich hab mir geschmacklos mal rausgekommen. Ich mach lieber, 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 lieber neu. Lieber, lieber, neu. Okay. Okay. Ich hab' nicht so gemacht. Ich hab' nicht so gemacht. Ich hab' nicht so gemacht. Okay. Ich hab' nicht so gemacht. So, dann hab' ich mal den ersten Kassel zu bekommen. Okay. So, ich hab' mir schon mal den ersten Kassel zu bekommen. Was macht die Musik irgendwie noch? Weil er mich weil sie zu unheimlich ist oder so. Und Schöpflein. Aber der Geld kann anscheinend daraus machen. Wenn er sich hier einfach nicht ausstehen will. Genauso wie diese Kälte gerade. Was ja auch niemand macht. Ich bin jetzt kein normaler Betreiber. Wow. Wow. Nein! Und wieder bin ich bei dem Block. Mann. Ach ja. Das ist ja super. Cool Bowser. Ja. Du sprust flanken. Pokémon aus. Hm. Könntest du sie vielleicht auch selber knallen? Weil eigentlich hast du doch nur ein Problem mit Mario. Und so. Und so. Und so. Ich bin eigentlich lieber auf Mario und so. Ich kann es auch nicht. Und dann. Geil. Und so. Ich kann es nicht. 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 Das war kein Arctär. Und. Juck. Fats. Fats. Willst du mal jetzt? Ist aber so, dass ich Chile vielleicht auch Treppen haben. Ich weiß wirklich. Alter, wenn ich hier noch mal down bin. Wenn ich hier noch mal down bin. Ja, das zeigt völlig aus. Alter, am Ende wurde es noch mal richtig spannend. Ja, freu dich. Freu dich nicht zu früh. Hey, warum ist Peach dort? Also das ist jetzt schon wieder derselbe Diss gegen Mario. Jetzt haben wir hier sogar Videobeweise, dass Peach mehr Yoshi mag. So, jetzt können wir die geheime Röhre holen. Oder haben wir überall 100%? Dort halt, ja haben wir. Alter, es war teilweise auch hier nicht einfach. Die ersten Welten werden wieder wahrscheinlich so sich anfühlen, als würde ich hier gerade in ein schlechtes Super Mario Maker Level kommen. Und damit haben wir diese Röhre erhalten. Okay, ich mache es dramatischer, als es eigentlich ist. Gut, wir spielen nun diesen famosen geilen Level. Mensch, ich freue mich so. Ich stöße den Stößchen, nicht wahr? Nee, fuck. Aber dieser Level ist doch auch in Super Mario Run bei den Herausforderungen schon früher gewesen. Oh, Nintendo. Ich habe euch auf frischer Typ ertappt. Mit Joshi ist das sehr, sehr easy und ich stöße Katzen. Ja, da sagst du als Katzen, damit Joshi ist easy und dann in dem Moment stirbt er. Oh, und ich esse jetzt erstmal noch die Erdbeere auf. Oh, die ist schon richtig aufgeweicht. Muah. Also die Erdbeeren muss man sofort essen. Ich weiß gar nicht, woher die sind. Aber die schmecken ja nicht so. Bei meiner Oma ist ja auch alles besser. Nicht wahr? Was habe ich denn da hingesehen? Also, also, nee. Nee. Hä? Was haben sie mir nicht denn angetan? Und das war nicht denn, ihr Ernst? Das ist Luke Nintendo Atro. Äh, wie Luke Nintendo. Da könnte ich ja nicht irgendwas sagen. Alter, wirklich. Wir kommen ja hier her. Der Laden würde hier kaum ja richtig laufen. Und haben ja Motiv-Anführung. Also, bei mir wäre Sticker-Starsäger nie erschienen. So scheiße finde ich das. So scheiße finde ich das jetzt hier so verdammt schlecht. Da eben. Nee, ich will jetzt nicht. Ich will nicht, dass du hier einmal abkratzt, Mann. Ich will, dass du zweimal abkratzt. Und danach bombe, Alter. Ich will. Du zeigst nicht dein Wagen still. Dann mach ich, was ich will. Jo. Nein! Aha. Ich will dich, Joshi. Fick dich. Der denkt sich jetzt nicht. Du bist doch gut. Gibt es ja dauernd Stromprobleme oder was? Nein, man will nicht so. Danach geht's wieder. Stromprobleme, ich weiß. Denkst du, Mario One? Schmeckt es nicht? Ja. Ah! Muss ich dazu noch etwas sagen? Ich denke nicht. Außer hektiger Betrug. So, dass man hier keine Stoffattacke machen kann. Das wär bei mir auch noch dabei gewesen. Genauso wie die hier nicht verhandenen Eiswelten. Ach, der Stern. Vielleicht respawnt er ja wieder. Nee, aber alles andere respawnt wieder. Ist ja klar. Jeder Scheiß respawnt wieder. Oh. Killer. Killer. Ohne ... ... ... Super. ... 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 Seht ihr es? Alter, bis zu dem Zeitpunkt ist halt mega einfach. Und ich frag mich jetzt schon, warum dieses Level hier zu sehen. Wir müssen best auf gleich mal gehören. Meine sowas gab es nicht. Der Stern muss ich jetzt mal so sagen, ich geh ziemlich aus dem Kek. Ich hab keine Kekse. Ich liebe Kekse. Eigentlich nicht so. Da ist mal so, sagen so, da sind die Kekse. Aber nicht so. Immer so. Das ist bei mir so ein Thema. Also ich hab jetzt kein 2T-Problem oder so, falls du das jetzt dachtest oder so. Warum auch immer. Ich sterb hier locker. mann. Also wenn die Aufnahme irgendwie erbricht, dann habe ich es dann aufs Team geschafft. also, ja, ich hab hier nämlich schon zwei Stück mehr pass hier auf. Und das, seitdem ich nach Hause gekommen bin. Na okay, ich hab erstmal Kizze in die letzten und danach habe ich dann auch gemacht. Also ich will diesen Kekse jetzt so gern in den Müll und dann hat er nicht mal die Mönche hingekommen. Yoshi, du bist echt ein Hurenzirn. Nee, ein Hurendino. Was hat der jetzt eigentlich schon geschafft? Direkt da rein. Warum war mir das nicht klar? Nee, ich glaub noch dreimal versucht ich das Programm jetzt irgendwie ab. Ja, so wird's halt schneller gehen. Okay, zweimal nur noch. So, super. Ich hoffe, ich weiß mal, was ich hier mache. Ich würde eigentlich nicht in die letzten machen, aber ich kann wirklich das Programm hier von aufgenommen. Ey, du bist doch echt ein Aki. Einmal. Noch noch eins verschickte verficktes mal und danach beendet die der paar beendet. Es gibt auch kein ähm ich mag aber trotzdem noch wieder heiß der Arsch. Ja, gut. Hab ich ihm gut gesagt? Ich vergesse das auch. Scheiße. Sehr Leute.